Was man sich überlegen kann, und zwar, dass diese Relation Doppeltilde A, dass das eine Verfeinerung ist, jetzt kommt unsere Äquivalenzrelation mit der wir eingestiegen waren, diese einfache Tilde. Oder, anders ausgedrückt, wenn gilt, V steht in Beziehung oder ist Äquivalent zu W, dann folgt auch schon das V bezüglich der anderen Relation, dass die beiden Äquivalent sind. Die Äquivalenzklassen dieser Relation, da unterteile ich die zugrunde liegende Menge in einer gröberen Art und Weise als hier. Hier gibt es typischerweise mehr Äquivalenzklassen, als das hier der Fall ist. Einzelne Äquivalenzklassen dieser Relation zerfallen bezüglich der Relation in weitere Äquivalenzklassen.